Heute geht es um das Thema, lohnt sich Gold? Lohnt sich Gold überhaupt? Lohnt sich Gold generell? Warum lohnt sich Gold? Vielleicht lohnt sich auch Silber, Platin, Palladium, Technologie-Metalle? Wie kommt es auf die Mischung darauf an? Warum sollte man sich mit diesen Themen beschäftigen? Ist es besser in Sachwerte zu investieren oder ist es besser in Geldwerte zu investieren? Schau dir dieses Video heute unbedingt an. In kurzer, knackiger Form wirst du einige Infos zu diesem Thema erhalten. Wenn dir das Ganze gefällt, gib mir gerne einen Daumen hoch, stell mir deine Fragen in den Kommentaren oder hinterlasse deine persönliche Meinung bzw. wie bist du investiert, wie hast du gestreut, warum, weshalb, weswegen. Viel Spaß beim Anschauen und ich freue mich über deine Kommentare. Diejenigen, die in Gold investieren, das ist die interessante Frage, warum machen die das? Die meisten vertrauen einfach auf die Beständigkeit von Gold. Absicherung gegen Inflation und Währungsschwankungen, 64%. Gold verliert nie seinen Wert, sagen 61%. Und 57% der Befragten in Gold investieren oder die Gold gegenüber die Meinung haben, ich vertraue Gold wesentlich mehr als irgendeiner Währung, vermittelt langfristig einfach ein sicheres Gefühl, sagen 53%. Schauen wir uns mal die Bestände an und warum meiner Meinung nach, warum Gold in jedes Portfolio, warum Gold in jedem Haushalt, nicht nur Gold, auch Silber, aber fangen wir einfach mal mit Gold an. Und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, dass wenn wir uns die Reserven angucken, dann haben wir circa, das sind alles circa Werte, weil das schwankt zwischen 40.000 und 45.000 Tonnen, die wir noch als Reserven haben, die Goldbestände, die noch gefördert werden können und die jährliche Nachfrage bei 4.700, jährliche Förderung derzeit circa 3.000 Tonnen. Das heißt, wir haben noch circa 20 Jahre, die wir Gold fördern können. 20 Jahre, lass es 15 sein, lass es 25 Jahre sein, ganz egal, aber ungefähr 20 Jahre kann Gold noch abgebaut werden. Warum sage ich dir das? Einfach, damit du siehst, wie wertvoll dieser Rohstoff ist. Nicht nur Gold, alle Rohstoffe sind ja begrenzt. Jeder Rohstoff macht am Ende Sinn, aber heute geht es einfach um das Thema Gold. Was kommt bei Gold noch mit hin dazu? Eine wachsende Nachfrage. Warum wachsende Nachfrage? Circa 48% der Goldnachfrage jährlich gehen in Schmuck. Letztes Jahr hatten wir einen Einbruch, klar, durch Corona. Aber angenommen, das geht wieder auf 40, auf 48%. Und unsere Bevölkerung steigt von derzeit 7 Milliarden auf 9 Milliarden. 2050 sollen wir 9 Milliarden, nochmal 2 Milliarden mehr. Das heißt, nochmal 2 Milliarden mehr Menschen fragen nach Schmuck nach. Nur alleine dieser Aspekt, da reden wir noch gar nicht von dem industriellen Gold, da reden wir noch nicht von dem Anlagegold, da reden wir noch nicht von den Zentralbanken. Wir haben jetzt nur über Schmuck geredet. Das heißt, die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt immer weiter, naturgemäß, weil es einfach dann keins mehr gibt. Was macht das mit dem Preis? Stell dir einfach mal die Frage, Angebot sinkt, Nachfrage steigt. Was passiert mit dem Preis? Ist es sinnvoll, in so ein Investment zu investieren oder eher nicht? Das musst du selber wissen. Deswegen einfach mal hier, wenn du die Wahl hast, in Geld zu investieren, egal ob das Dollars oder Euro oder egal wie die Währung heißt, oder zumindest einen Teil, ich sage ja nicht alles rein, das würde ich nie sagen, aber macht es vielleicht Sinn, sein Geldvermögen zu reduzieren und dafür das Sachvermögen zu erhöhen? Darum geht es. Das möchte ich immer wieder als Anregung, als Frage in den Raum stellen. Deswegen, wenn du dein Vermögen werthaltig für die Zukunft sichern möchtest, zumindest Teile deines Vermögens, dann gebe ich dir ganz klar die Empfehlung, tausche von deinem finanziellen Vermögen, von deinem Geldvermögen, von deinen Papierwerten, sei es Lebensversicherung, Rentenversicherung, Sparbücher, Konten, tausche davon einen Großteil in Rohstoffe, wie zum Beispiel Gold, Silber, Platin, Palladium oder auch Technologiemetalle. Und wenn du Fragen dazu hast, von der Aufteilung her, wie viel, was wohin, ob in Münzen, ob in Bahnen, wie soll ich kaufen, dann bin ich jederzeit gern für dich da. Wenn du Erfahrung zu dem Ganzen hast, interessiert mich auch deine Meinung dazu, schreib es gerne unten in den Kommentar. Was hältst du von dieser Aufteilung? Ja, dann ist natürlich noch die Frage mit, was ist entscheidend für die Metallmenge am Ende der Laufzeit? Zum Beispiel eines ratierlichen Kaufauftrags. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan bei Investments von Sparverträgen, von monatlich regelmäßigen Kaufaufträgen. Das hat den eleganten Vorteil. Für mich ist das die Königsdisziplin des Sparens. A, kann ich das mit kleineren Beträgen schon machen, weil immer weniger Leute haben, mal 20, 30, 40 oder 100.000 rumliegen, die sie gleich mal irgendwo investieren können. Sondern viele machen sich ja Gedanken mit 50 Euro monatlich, mit 100 Euro monatlich. Was mache ich damit? Und dafür ist das ideal, weil wichtigste ist bei allen Anlagen, die schwankend sind, sei es ein ETF, sei es ein Aktienfonds, sei es ein Rohstofffonds oder auch physisches, physischer Rohstoff. Ich rede hier immer über physische Rohstoffe, also die du tatsächlich besitzt. Dann wie hoch sind die laufenden Kosten, die Gebühren? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil in den meisten Anlagen, das erlebe ich immer wieder in der Praxis, wird dir, ja, wie soll ich sagen, gessend zu sagen, was sind die Kosten, was sind die Gebühren? Es wird dann auf das Kleingedruckte, ja, hingewiesen und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wer liest das? Die meisten sind froh, wenn sie irgendwo unterschreiben können und sagen, das wird schon passen. Und so wird viel, viel Geld verschenkt jedes Jahr, ob das in Lebensversicherung ist, ob das in Rentenversicherung ist. Lass dir dort mal von jemandem die Kosten aufzeigen. Du wirst spätestens, wenn du erfährst, was du dort für Kosten hast, wirst du sagen, schnellstmöglich raus aus dem Ganzen. Das ist natürlich auch Goldkaufauftrag mit monatlich ratierlichen Plänen. Gibt es ja auch unterschiedliche am Markt. Wie hoch sind die Kosten? Welche Kosten habe ich dort? Habe ich laufende Gebühren oder habe ich nur einmalige Gebühren? Und natürlich ganz entscheidend, zu welchem Einkaufspreis der Metalle für den monatlichen Kaufbetrag. Das sind so die wichtigsten Punkte, auf die du achten solltest. Auch hier wieder, wenn du Fragen dazu hast, nimm gern mit mir Kontakt auf. Hier ist einfach mal eine Übersicht. Gold sehe ich jetzt nicht unbedingt als Renditeobjekt, als Spekulationsobjekt, als Gewinn. Sondern für mich ist Gold mehr Vermögensschutz, Kaufkrafterhalt. Das ist so der wichtigste. Aber zusätzlich noch, zumindest die letzten 15 Jahre, hättest du mit Goldinvestitionen jährlich eine jährliche Gewinnrentite von 9,1%. Und das bei Silber sogar um die 11%. Und das zeigen wir mal bei verschiedenen Anlagen. Und du hast hier noch einen physischen Wert dahinter, den du bei dir zu Hause hast oder eben woanders lagerst. Und das sind einfach extreme Vorteile, die ich hier nur heute mal kurz anreißen möchte. Hier nochmal eine Übersicht. Beispielsweise, ich rede ja nicht nur von Gold, sondern Gold sollte so immer ein bisschen der Haupteinstieg sein. Auch Silber ist sehr, sehr interessant. Wie kannst du das für dich unterscheiden, wenn du dir nicht ganz sicher bist? Dann sagt man so als Allgemeinregel oder zur Vereinfachung, sage ich einfach mal, Gold für jeden Investor jeglicher Altersgruppe. Meiner Meinung nach, bin ich der festen Überzeugung, Gold gehört zum gewissen Prozentsatz in jedes Portfolio bei jedem Anleger. Ob es für die Altersversorgung ist oder ob es nur zum Vermögensschutz ist. Die Frage ist nur immer, wie viel und in Bahnen oder in Münzen. Das sind dann so noch Fragen, die man miteinander klären muss. Man kann es einfach nicht pauschal sagen, 5% oder 30%, sondern das sind immer individuelle Entscheidungen. Silber ist als Beimischung für den wachstums- und chancenorientierten Investor. Bei Silber muss ich wissen, Silber ist natürlich noch viel volatiler. Die Schwankungen im Silberpreis sind noch viel höher als bei Gold. Hat natürlich bei Cost-Average-Effekt noch viel größere Vorteile. Und auch meiner Meinung nach wird sich Silber, wenn ich es vom Rendite-Gesichtspunkt anschaue, in der Zukunft noch besser entwickeln als Gold. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Platin und Palladium sind ebenfalls sehr interessant für alle Investoren, die am Fortschritt in der Technik interessiert sind. Und natürlich auch die Technologie-Metalle. Unter diesen Reihen, alleine nur unter diesen Edelmetallen, kann man schon eine Drittelung machen, kann man aufteilen oder nur in eins investieren. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Das soll einfach mal nur als Anregung dienen hier. Du kennst das ja vielleicht von deinem Berater, oder wenn du dich selber mit deinen Finanzen beschäftigst, hast du irgendwo mal gehört, Streuung ist wichtig, Diversifikation. Und das ist bei einzelnen Anlagen wichtig. Genauso wichtig ist nochmal diese Diversifikation, also die Verteilung. Nicht alles in Gold, nicht alles in Silber, nicht alles in Technologie-Metalle. Auch dort nochmal eine Unterteilung. Umso mehr Sicherheit hast du bei deinen Anlagen. Fakt ist, zusammenfassend nochmal zu sagen, nur allein der Besitz von Gold ist wichtig und nicht der Preis. Ja, das ist jetzt nicht für diejenigen, die Trader sind, die Zocker sind, die Spekulanten sind. Für die ist das völlig uninteressant, weil die müssen natürlich immer hinterherhächeln. Bin ich jetzt zum richtigen Preis reingestiegen, wann gehe ich wieder raus? So betrachte ich diese Anlagen nicht. Sondern für mich ist wichtig, ist eigentlich ähnlich auch mit Bitcoin, aber das ist wieder ein anderes Thema. Es ist nicht wichtig der Preis, sondern dass ich es besitze. Das wird irgendwann mal entscheidend sein. Da gibt es viele, viele Vorbilder. Oder das bekannteste oder eines der bekanntesten ist bestimmt Robert Kiyosaki. Vielleicht kennst du das Buo oder einige Bücher von ihm, einige Literatur von ihm. Und er sagt ganz klar, ich halte mein Vermögen nicht in Banken. Sie sind einfach zu riskant übersetzt. Ist das jetzt einfach mal nur ein Satz rausgenommen? Er sagt auch, auf keinen Fall Lebensversicherung und diese ganzen Geldwerte. Und für ihn ist es einfach wichtig, er ist auch der Meinung, Gold, Silber, Bitcoin und so weiter zu besitzen. Es kommt nicht auf den Preis drauf an, sondern einfach um den Besitz.